Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Zeit rennt und es ist nicht mehr lange hin, bis ich euch ganz, ganz viele tolle neue Möglichkeiten und tolle neue Geschichten erzählen kann. Bis dahin müssen wir aber noch ein bisschen die Füße stillhalten und schauen mal, was es so Neues in der Drogerie gibt. Und ich werde mit euch gemeinsam auf die DM und Rossmann Webseite gehen und wir reagieren einfach so ein bisschen auf die neuen Produkte. Ich erzähle euch so ein bisschen was darüber und ihr dürft dann entscheiden, welche Produkte euch am meisten interessieren. Die kaufe ich dann und werde sie hier in einem YouTube Video testen. Und ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Woche. Falls nicht, hoffe ich, dass ihr ein schönes Wochenende habt und dass nächste Woche eine bessere Woche für euch wird. Ich bin ready. Ich bin hier. Ich fühle den Make-up-Look und ich hoffe, es geht euch gut. Let's go! Ihr kennt das Spiel. Ich rutsche gerne ein Stückchen zur Seite und hüpfe direkt auf die DM-Webseite und habe hier schon etwas gefunden. Und zwar gibt es einen neuen Toner von NoCosmetics in Zusammenarbeit mit X-Skincare. Und das ist ein Liquid Refiner. Der soll vor UV-Strahlen und freien Radikalen schützen. Ist mit BHA und Resveratrol und die Flasche ist zu 96% aus PCR-Materialien. Es ist ein chemisches Peeling, welches sanft abgestorbene Hautzellen entfernen soll und Unreinheiten mildern soll. Ich liebe chemische Peelings. Ich benutze seit einigen Jahren, unabhängig von dem Skin bei Kim Drama, keine mechanischen Peelings mehr, sondern ausschließlich chemische Peelings. Weil sie einfach viel, viel besser für die Haut sind und ihr keine Mikroverletzungen in die obere Hautschicht bringt. Das ist ein Produkt, das würde ich mir, glaube ich, sogar mal zulegen. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich weiß auch, dass es den Liquid Hydrator, glaube ich, gab. Davon habe ich persönlich auch noch keine Erfahrung gemacht. Vielleicht habt ihr Erfahrung mit den Produkten von NoCosmetics. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weiter geht es mit einer Lippenpflege von Dr. Pawpaw. Beziehungsweise steht jetzt hier Adele. Ich glaube, dass Dr. Pawpaw auch zu Adele gehört. Es gibt da noch eine Übermarke. Und das ist eine Lippenpflege mit Schimmer. Die sieht auch total süß aus. Das hat so ein bisschen was von Papaya. Soll auch wohl nach Papaya schmecken. Und eine leichte Deckkraft haben. Also wirklich nur so ein Touch an Farbe. Die Dr. Pawpaw Produkte sind eine gute Alternative zu den Lanolips Dingern. Die Lanolips sind ja nicht vegan. Die Dr. Pawpaw Dinger sind vegan. Fettfrei, Acetonfrei und Alkoholfrei und Formaldehydfrei. Und da ist nichts drin, was da nicht rein muss. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Es ist so ein bisschen wie die Magic Cream von... Nee, nicht die Magic Cream, sondern die 8 Hours Cream von Elizabeth Aden. Liebe ich, schwöre ich. Darauf habe ich neulich erst wieder für mich entdeckt. Und wollte sie demnächst auch nochmal mit euch besprechen. Weil ich glaube, dass das für viele von euch wirklich eine Lösung sein kann. Weil gerade jetzt, wenn sich das Wetter wieder ändert. Ein weiteres Skincare-Produkt, was mich persönlich auch super anspricht, ist von Balea Beauty Export. Das Calming Serum. 30ml für 5,95€. Und das soll mit Ceramidkomplex und Omega-3-Fettsäuren sein. Rezeptur ohne Mikroplastik. Mildert Hautirritation und Rötungen. Und ihr kennt meine Haut. Ich habe eigentlich eine recht solide Haut. Ich habe aber wirklich ein Problem mit Rötungen. Sobald ich mein Gesicht berühre oder hier mein Dekolleté, werde ich rot. Und vielleicht hilft das Ganze, ja? Ich habe viel von den Balea Med und Balea Skin Expert Produkten gehört. Und glaube, dass das vielleicht für den kleineren Geldbeutel eine gute Lösung sein kann. Bevor wir aber mit dem Teil des Videos weitermachen, wollte ich euch ganz kurz die Asa Beauty Adventskalender zeigen. Sie sind endlich da und kleine Empfehlung von mir zum Start. Seit schnell, letztes Jahr waren sie nach wenigen Tagen ausverkauft. Ich habe hier einmal den Magic Finish Make-Up Adventskalender. Und es gibt tatsächlich auch noch den Skincare Adventskalender. Skincare, Haircare und Bath & Body. Der Make-Up Adventskalender hat einen Warenwert von 177€. Und mit meinem Code könnt ihr tatsächlich noch ein bisschen sparen. Er kostet alleine nur 59,99€ und mit dem Code kriegt ihr nochmal 5% Rabatt. Also spart ihr fast ein Drittel davon. So sieht der Adventskalender einmal aus. Richtig, richtig süß gemacht. Ihr habt alles aus Papier und ihr könnt die Türchen auch wiederverwenden. Den Zettel mache ich einmal weg. Und wir schauen mal in, ich sage euch natürlich nicht die Zahl, aber wir haben ein Magic Finish in dieser super coolen Limited Edition Verpackung mit richtig schönem Muster. Magic Finish, lieben wir alle eigentlich, kann man immer gut gebrauchen. Ist jetzt in 20ml. Das heißt, das ist perfekt für unterwegs, um mal so ein bisschen ein Touch-Up zu machen. Kommt, zwei Türchen machen wir noch auf. Ich habe hier eine Mascara. Die 5 in 1 Hybrid Mascara ist tatsächlich wirklich mega. Und vor allen Dingen das Bürstchen ist ganz besonders. Ihr kommt damit wirklich an jede Wimper. Und hier oben ist so ein Ball. Ich kenne das Produkt sehr, sehr gut. Ich liebe das. Damit kommt ihr auch an alle unteren Wimpern. Richtig, richtig gut. Und eins machen wir noch auf. Und da haben wir hier den Hollywood Glow Powder. Das Produkt kenne ich tatsächlich nicht. Das sieht aus wie ein Highlighter. Oh, wow. Oder ein Monolidschatten. Schaut euch bitte mal diesen krassen Schimmereffekt an. Also sind hier auch Produkte drin, die man vielleicht nicht so unbedingt schon kennt. Richtig, richtig cool. Ich setze euch den Link einmal unten in die Infobox. Da könnt ihr einmal gerne vorbeischauen. Der Code gilt nur auf die Adventskalender. Ich habe aber auch noch einen anderen Rabattcode. Auch den findet ihr unten in der Infobox. Falls ihr doch nochmal was anderes von Asam ausprobieren wollt. Den Skincare-Kalender öffne ich euch bei Instagram. Also schaut da auch gerne mal in den nächsten Tagen vorbei. Denn da mache ich euch auch ein paar Türchen auf. Also hüpft gerne einmal jetzt zu Asam Beauty vorbei. Denkt an den Code. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Seid wirklich schnell. Dann sieht man hier tatsächlich auch schon die ersten Adventsets. Und die sind hier von Essie. Die Expressi-Geschenk-Bonbons. Verschiedenen Nagellacken in verschiedenen Farben. Super cool. Gerade wenn es jetzt so Richtung Juhl-Club geht. Ich weiß nicht, viele machen das ja noch. Und man weiß nicht, sagt man hat nur 15 Euro oder so zum Verschenken. Und weiß, die Kollegin oder der Kollege trägt gerne Nagellack. Dann könnte das eine gute Sache sein. Und jetzt wird spannend, Freunde. Denn hier ist extrem viel Make-up. Und das habe ich tatsächlich auch schon alles bestellt. Mit NYX. Ja, unsere guten Freunde von NYX haben viele neue Produkte lanciert. Und zwar Liquid Eyeshadows. In super, super coolen Farben. Das sind die Ultimate Glow Shots. In vielen verschiedenen Farben. Ich glaube, ich habe sie auch in drei oder vier Farben gekauft. Bin ich super gespannt, wann die Produkte da sind. Ich liebe Liquid Eyeshadows. Ich trage auch heute ein Liquid Eyeshadow. Und man kann damit wirklich so viele Highlights setzen. Und das macht das Make-up einfach immer ganz besonders. Was es auch noch gibt, sind die Contour-Sticks. Viele von euch hatten mir bei TikTok tatsächlich die Contour-Sticks von NYX empfohlen. Denn ich habe ja eigentlich nur den von Kiko und den jetzt von Fenty Beauty, die ich beide sehr, sehr gerne mag. Aber ich dachte mir, vielleicht noch irgendwas preislich dazwischen wäre gar nicht so schlecht. Und deswegen habe ich mir die Wanda-Sticks bestellt. Auch die gibt es in verschiedenen Farben bei dm online. Und die sollten mit Sicherheit auch bald in die Drogerie einziehen. Diese Lidschattenpalette ist der Wahnsinn. Das ist eine Lidschattenpalette von NYX. Ich erinnere mich an die... Gott, wie hieß sie denn? Born to Die? Born to Run? Ich weiß es gar nicht mehr. Eine riesengroße Lidschattenpalette, die es gab von NYX vor einigen Jahren. Die gibt es jetzt auch nochmal in richtig schönen Beige-Tönen. Und da sind, glaube ich, 36 Farben drin. Alle in sehr erdigen Tönen. Hater würden sagen, langweilig. Ich sage, die perfekte Palette für den Alltag. Und vielleicht auch in Kombination gerade mit diesen Ultimate Glow Shots eine gute Lösung. Eine neue Lippenkategorie ist von NYX auch eingezogen. Und zwar sind das die Butter, glaube ich. Die werden hier zumindest als neu deklariert. Wobei ich glaube, es sind nur neue Farben dazugekommen. Das ist ein richtig schönes dunkles Nude. Ich habe sie mir bestellt, weil ich es liebe, dunkelbraune Lippen zu tragen. Und ich glaube, dass sie ganz cool aussehen könnte. Bin ich gespannt und finde ich auch gut, dass die Brands die Shade-Ranges der Nude-Farben auch immer weiter erweitern. Weil Nude ist nicht nur eine Farbe, sondern Nude hat viele verschiedene Farben. Und da bin ich ganz gespannt, wie die performen. Schauen wir mal bei Rossmann, was es da Neues gibt. Ich habe übrigens die Adventskalender zusätzlich jetzt hier nicht mit erwähnt. Weil ich tatsächlich eigentlich schon alle bestellt habe, die man bestellen kann. Ihr wisst es, sonntags geht tatsächlich immer ein Video von mir online mit einem Adventskalender. Sofern ich denn schon einen habe. Und deswegen könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Bei Rossmann jetzt online die Green Edition von Maybelline. Dazu möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr viel sagen. Ich habe... Ich würde so gerne den Teas beenden, aber... Es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. Aber bald habe ich ein bisschen Tee dafür. Okay, die Green Edition ist hier. Wir haben online ein neues Puder von Rivalde... Ach, verrückt! Rivalde Loop hat das Pro-Kollagen-Puder jetzt ins Standard-Sortiment scheinbar gebracht. Es gab ja mal vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, eine Limited Edition von Rivalde Loop mit der Kollagen-Edition. Und da war das Puder wirklich gut. Und das gibt es jetzt im Standard-Sortiment. 8 Gramm für 3,99 Euro. Was die Haut mattieren soll und gleichzeitig so ein bisschen so kleine Linien und Fältchen kaschiert. Oha! Oha! Es gibt eine neue Foundation von Rivalde Loop. Das Kollagen-Make-up für 2,99 Euro. Freunde, ich werde mich jetzt gleich abschminken und sofort zu Rossmann fahren. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an die Foundation, die ich früher so gerne benutzt habe von Rivalde Loop für 1,99 Euro oder so. Gibt es vermutlich wieder in, ja, in drei Farben. Aber die probieren wir definitiv auch. Sie sollen nämlich optisch perfektionieren, ein ebenmäßiges Finish erzeugen und einen Soft-Touch-Effekt haben. Was auch neu dazu gekommen ist von Rivalde Loop, ist ein Brow-Styler. Und der sieht schon verdächtig nach dem Gut-to-be-Glut-Browse aus. Ihr seht es ja hier. Ein 24 Stunden langanhaltender Braun-Kleber für 2,99 Euro. Auch den werde ich natürlich sofort besorgen, sobald ich ihn in den Händen habe. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich freue mich, ich bin gerade richtig hyped. Ich würde am liebsten sofort das Video abbrechen und sofort zu Rossmann fahren, das Video schneiden und ein anderes Video hochladen. Oh, es geht weit. Rivalde Loop? Kann es sein, dass Rivalde Loop das Sortiment geupdatet habe und ich davon nichts weiß? Wir haben nämlich einen Multi-Nail Balm. Wir haben ein Perfectar Vitamin B3 Drops fürs Gesicht. Wir haben ein Oil Control Primer, ein Anti-Redness Primer, ein Oil-Infused Blush, ein Plumping Lipgloss, sämtliche neue Nagellacke, ein Lipgloss, Brow Soaps. Und Under-Eye Powder mit QC. Freunde, ich erzähle euch jetzt nichts mehr über Rivalde Loop. Ich werde gleich zu Rossmann fahren, alles kaufen und dann werdet ihr das in einem der nächsten Videos sehen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, drückt jetzt gerne einmal auf den Abonnieren-Button und gebt mir einen Daumen nach oben, damit ich ungefähr abschätzen kann, wie viele von euch sich wirklich für das Thema... Die günstigste Marke in der Drogerie hat ein neues Sortiment rausgebracht und ich werde es testen. Deshalb bin ich gespannt. Alright, wir machen... Ach, es sind sehr viele neue Produkte. Hier sind auch online schon die neuen Produkte von Catrice jetzt zur Verfügung. Der Under-Eye Brightener ist, glaube ich, leider ausverkauft mittlerweile. Mein Video ist ja so ein bisschen... Ja, also bei TikTok hat es, glaube ich, 600.000 Views und bei Instagram auch 400.000. Also es kam wohl sehr, sehr gut bei euch an. Ich schaue mal, dass ich die Tage... Ich treffe mich am Freitag mit Catrice, wenn ihr das Video, glaube ich, seht. Ja, wenn ihr das Video seht, treffe ich mich mit Catrice und dann kann ich euch hoffentlich bei Instagram ein Update dazu geben. Des Weiteren gibt es auch bei Rossmann den Liquid Refiner von No Cosmetics bei Rossmann und eine neue Limited Edition von Rivalde Loop. Auch die habe ich noch nicht getestet. Ich schaue mal, dass ich jetzt wirklich gleich zu Rossmann komme und das Ganze mal ausprobieren kann. Ich schaue mal, ob es in meiner Filiale überhaupt verfügbar ist. Nee, unten ist nicht da. Tatsache. Okay, dann muss ich das Ganze online bestellen. Es gibt aber eine neue Limited Edition und das ist die With Pleasure LE. Auch die möchte ich unbedingt testen. Die erinnert mich so ein bisschen an die Huda Beauty Desert Rose Palette und es gibt einen Highlighter. Auch der sieht extrem spannend aus. Ich kann das gar nicht deuten, was es sein soll. Ich blende euch hier mal das Bild ein. Sieht spannend aus. Ich werde es kaufen. Und das waren tatsächlich auch wirklich die spannendsten Produkte, die es jetzt neu gibt. Ihr seid jetzt an der Reihe, um mir in die Kommentare zu schreiben, welche Produkte ich für euch neu testen soll. Schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Und dann als kleine Erinnerung, schaut unbedingt bei Asam vorbei. Die Adventskalender sind immer sehr gefragt. Und ich würde euch empfehlen, dass ihr sehr, sehr schnell seid. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass sie auch heute noch online sind. Also schaut gerne bei Asam Beauty vorbei. Nutzt gerne meinen Code und ich bedanke mich, dass ihr heute hier mit dabei wart. Passt auf euch auf.